Ich habe ja auf diesem Kanal schon einige Videos zu dem Programm Affinity Photo gemacht. Vielleicht nutzt du aber auch die anderen Programme von Affinity, also Affinity Designer und Publisher sind ja auch jetzt schon seit längerem auf dem Markt. In hier diesem Video möchte ich daher auch einfach mal über diese anderen beiden Programme noch zusätzlich sprechen, also einfach so ein kleiner Vergleich zwischen Affinity Photo, Designer und Publisher. Was sind überhaupt diese Programme, was kann man damit machen? Darum geht es in diesem Video, also bleibt dran und viel Spaß. Bevor wir jetzt gleich auch in die Programme einmal reinschauen, um die so ein kleines bisschen zu vergleichen, zunächst einmal kurz vorweg, was sind überhaupt diese drei Programme, beziehungsweise was kann man damit, ja ich sag mal so ganz grob gesagt, überhaupt machen? Also Affinity Photo, ja steckt ja eigentlich der Begriff schon im Namen, Foto, das heißt da geht es überwiegend um die Fotobearbeitung. Man kann damit aber auch noch ein paar andere Sachen machen, also Fotobearbeitung ist nur, ich sag mal so der Überbegriff, an den sich das Programm auch hauptsächlich richtet, aber wenn wir gleich in das Programm reinschauen, wirst du sehen, man kann damit tatsächlich auch andere Aufgaben machen und dann haben wir noch zusätzlich die beiden Programme Affinity Designer und Affinity Publisher. Affinity Designer, ja da steckt auch schon so ein bisschen die Aufgabe des Programms im Namen drin, Designer, das heißt da geht es überwiegend darum, ja verschiedene grafische Elemente zum Beispiel zu erstellen, also Illustrationen zu erstellen, Icons zum Beispiel zu erstellen, alles was ja grafisch direkt am Computer entworfen wird, wo ich nicht in einem Foto zum Beispiel arbeite oder was ich bearbeite, sondern selbst direkt auf meinem Computer grafische Elemente, Illustrationen, Mockups und so weiter erstellen möchte, da ist Designer, ja ein super Programm für. Dann haben wir noch Publisher, der dritte im Bunde von diesen drei Programmen und das würde ich sagen ist so ein bisschen, ja das allumschließende Programm so ein bisschen, warum das der Fall ist, gehe ich auch gleich, wenn wir in dem Programm sind, nochmal kurz drauf ein, denn da geht es letztlich dann darum, ja verschiedene Sachen zu publizieren, also das ist ein Programm, was letztlich, ja es steckt ja auch schon im Namen drin, Publisher, ja wo Sachen veröffentlicht werden sollen. Das heißt, ich kann damit tatsächlich fertige Bücher erstellen, also das komplette Layout von Büchern, von Magazinen, aber natürlich auch digitale Inhalte kann man damit erstellen. Hat also auch wieder so ein bisschen den Fokus noch auf einer anderen Ebene im Vergleich zu Affinity Photo und Affinity Designer, aber es gibt auch hier wieder Sachen, die auch sich durch alle drei Programme ziehen und wo man auch wieder so ein bisschen außerhalb der Kernkompetenzen, sage ich jetzt einfach mal, drin arbeiten kann. Aber ich würde sagen, wir wechseln als nächstes auch mal direkt in das erste Programm rein und schauen uns das Ganze so ein bisschen praxisnäher an. Okay, ich bin jetzt hier auf dem Startbildschirm von Affinity Photo, so wie das bei dir wahrscheinlich ungefähr aussehen wird. Hier bekommt man erstmal so eine Startnachricht, können wir auch erst einmal zumachen und dann würde ich sagen, schauen wir uns hier diese Benutzeroberfläche erst einmal so ganz grob an, damit du dich hier ja schon mal so ein bisschen zurechtfinden kannst. Auf der linken Seite habe ich hier verschiedene Werkzeuge, die sind jetzt noch ausgegraut, weil ich jetzt noch kein Dokument geöffnet habe. Das mache ich jetzt einfach mal, ich gehe auf Datei, Neu und dann kann ich hier direkt ein Dokument erstellen, verschiedene Abmessungen hier vornehmen. Ich sage jetzt einfach mal, wir nehmen hier diese Vorauswahl einfach mal, die ich mir hier erstellt habe für YouTube Thumbnails und gehe dann auf Erstellen drauf und dann können wir uns hier die Benutzeroberfläche nämlich etwas weiter anschauen. Hier auf der linken Seite haben wir jetzt hier verschiedene Werkzeuge, die sind so ein bisschen abhängig davon, in was für einem Programm und auch in was für einer Persona nennt sich das Ganze befindet. Was Personas sind, werde ich gleich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Aber hier siehst du wie gesagt schon mal verschiedene Werkzeuge, mit denen ich unser Dokument bearbeiten kann und verschiedene Werkzeuge halt auf mein Bild hier anwenden kann. Ich kann den Beschnitt des Bildes ändern, kann das hier einfach verschieben. Ich kann hier mit verschiedenen Restaurieren-Werkzeugen arbeiten, verschiedenen Auswahlwerkzeugen, also alles Mögliche, was man so für die Fotobearbeitung gebrauchen kann, denn wir sind ja jetzt hier in Affinity Photo drin. Dann siehst du aber auf der Benutzeroberfläche hier rechts auch noch insbesondere verschiedene Panels nennt sich das Ganze. Das heißt, hier oben kann ich mit verschiedenen Farben arbeiten. Hier habe ich, ja, Ebenen nennt sich das Ganze, Anpassungen habe ich hier, die ich auf mein Bild anwenden kann, verschiedene Effekte. Also in diesen Panels, die sich hier auf der rechten Seite in diesen verschiedenen Reitern hier befinden, da kann ich einfach noch ganz, ganz viele verschiedene Sachen innerhalb von Affinity Photo hier machen. Ja, dieser Aufbau, der ist eigentlich auch in den anderen Programmen ja durchaus ähnlich. Das heißt, auf der linken Seite hat man eigentlich fast immer die Werkzeuge und auf der rechten Seite verschiedene weitere Panels. Oben haben wir übrigens noch eine Symbolleiste, wo man auch noch verschiedene Kurzbefehle hat. Hier verschiedene Autokorrekturen, zum Beispiel hier für den Weißabgleich, aber auch Tonwertkorrektur, Autokontrastkorrektur. Also so Sachen, die man für die Fotobearbeitung oft gebrauchen kann. Wie gesagt, dieser Aufbau ist in den anderen Programmen auch überwiegend identisch. Das heißt, ich wechsle einfach mal hier jetzt in Affinity Designer rein und dann habe ich jetzt hier mein neues Dokument drin und du siehst, das sieht jetzt tatsächlich fast genauso aus wie in Affinity Photo. Das heißt, hier auf der linken Seite habe ich wieder verschiedene Werkzeuge. Ich habe hier wieder die Ebenen, verschiedene Effekte. Also hier sind wieder durchaus Gemeinsamkeiten erkennbar. Die größte Gemeinsamkeit zwischen den Programmen ist übrigens, hast du vielleicht jetzt auch schon hier kurz festgestellt, diese Ebenen. Das heißt, das ist ein ganz elementarer Bestandteil von allen drei Programmen, dass man mit Ebenen arbeitet. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal ganz, ganz kurz einfach nur ganz grob an. Ich habe also hier links verschiedene Werkzeuge, zum Beispiel verschiedene Formen. Ich kann also hier zum Beispiel ein Rechteck erstellen, mal das einfach hier in unser Bild, ziehe ich das einfach auf, habe jetzt hier unser Rechteck drin und kann zum Beispiel jetzt hier bei der Farbe ja irgendeinen Grauton wählen. Ich kann aber natürlich auch ja irgendeine Farbe hier einstellen. Ich habe jetzt hier die HSL-Einstellung drin. Ich kann die aber auch ändern, nur ganz grob wirklich so, damit du hier einfach mal so ein paar Unterschiede siehst. Habe hier auch verschiedene fertige Farbfelder schon, die ich hier auswählen kann und kann somit unserem Rechteck jetzt hier eine beliebige Farbe geben. Und jetzt kann ich halt mit verschiedenen Ebenen zum Beispiel auch einen Kreis hier erstellen, mache den hier drüber, kann dem eine andere Farbe geben und du siehst, jetzt sieht man diese Funktionsweise der Ebenen, die hier auf der rechten Seite auch dargestellt ist, dass die jetzt einfach übereinander liegen und dann unser letztlich fertiges Dokument hier erstellen. Also das ist diese ganz grobe Funktionsweise der Ebenen, wie man die in allen drei Programmen findet. Jetzt habe ich aber hier im Vergleich zu Affinity Photo so ein paar andere Schwerpunkte, das heißt, hier oben habe ich zum Beispiel jetzt keine Autokorrekturen, was den Weißabgleich oder die Farben oder was auch immer von unserem Foto anbelangt, denn hier geht es ja nicht um die Fotobearbeitung hauptsächlich, sondern darum, ja grafisch, sage ich mal, zu arbeiten. Das heißt, was ich jetzt hier zum Beispiel machen kann, einfach nur beispielsweise wieder, ich kann hier verschiedene Formen, die ich hier erstellt habe, also unseren Kreis und unser Rechteck miteinander verbinden oder ja damit irgendwie verbindend arbeiten, zum Beispiel mit hier diesen drei Symbolen. Also wenn ich auf das rechte Symbol hier draufgehe, für Aufteilen und wähle hier unsere beiden Ebenen aus, dann sieht man, habe ich jetzt hier eine neue Form bekommen und die haben sich jetzt hier tatsächlich alle aufgeteilt und damit kann ich jetzt natürlich kreativ cool tätig werden, um dann Logos und so weiter zum Beispiel zu erstellen. Ein relativ wichtiger Unterschied zwischen Affinity Designer und Affinity Foto ist hier jetzt zum Beispiel auch, wie man letztlich mit dem Dokument arbeitet. Bei Affinity Designer arbeite ich nämlich standardmäßig in hier dieser Hauptpersona, also diesem Hauptarbeitsbereich, in dem ich mich hier links oben drin befinde. Das ist hier die Designer Persona. Da arbeite ich mit Vektoren. Das bedeutet, die Größe von meinem Dokument, die ist nicht in Pixeln abgespeichert, sondern ja in sogenannten Vektoren. Das heißt, die können in der Größe größer oder kleiner skaliert werden, ohne dass da irgendwelche Pixel sichtbar werden. Also das ist ein großer Vorteil von Affinity Designer, dass ich mit Vektoren arbeite, denn dann kann ich halt die Größe von meinem fertigen Dokument nachher oder auch hier innerhalb von Affinity Designer größer oder kleiner skalieren, ohne dass ich da Qualitätsunterschiede oder Qualitätseinbußen hätte. Ich kann also hier zum Beispiel einen Vektorpinsel aufmachen und kann mit dem jetzt hier in unser Bild malen und hier diese Striche, die ich jetzt hier male, die bestehen nicht aus Pixeln, sondern aus Vektoren. Das heißt, ich kann hier ganz, ganz nah in mein Dokument reinzoomen und du siehst, egal wie nah ich jetzt hier ranfahre, hier werden keine Pixel sichtbar oder sowas, sondern das bleibt immer eine saubere Kante, weil das halt ein Vektor halt ist. Bei Affinity Photo hingegen arbeitet man standardmäßig meistens mit Pixeln, denn Fotos ja bestehen halt nun mal aus Pixeln. Die bestehen nicht aus Vektoren, das funktioniert bei Fotos nicht und auch Affinity Photo ist daher überwiegend darauf ausgelegt, mit Pixeln zu arbeiten, weil Fotos nun mal aus Pixeln bestehen. Okay, schauen wir uns zu guter Letzt auch noch Affinity Publisher im Vergleich dazu an. Sieht auch auf den ersten Blick wieder eigentlich genauso aus wie auch Affinity Photo und auch Affinity Designer. Nur hier auf der linken Seite sieht es so ein kleines bisschen anders aus. Hier die Meldung kann ich wieder schließen oder ich sage einfach neues Dokument. Dann kann ich hier wieder ein bestimmtes Format auswählen und hier unser neues Dokument erstellen und dann siehst du, sieht das hier auf der linken Seite jetzt schon leicht anders aus, denn ich hatte ja schon gesagt am Anfang, hier arbeitet man zum Beispiel, ja wenn man zum Beispiel ein Buch erstellen möchte, ein Magazin erstellen möchte, Flyer, Broschüren, irgendwas was ich ausdrucken möchte. Das heißt, das ist auch darauf ausgelegt, tatsächlich fertig zu publizierende Inhalte zu erstellen. Das heißt, standardmäßig haben wir jetzt hier tatsächlich auch direkt hier so eine Doppelseite bekommen, Seite 2, 3 mit gegenüberliegenden Seiten, Seite 1 und Seite 4 haben wir hingegen nur eine Einzelseite, also so wie so ein Flyer halt zum Beispiel auch dann aussehen könnte. Ansonsten sind die Inhalte hier wieder relativ identisch. Ich habe hier wieder Ebenen, also ich kann hier genauso hier meine erste Seite zum Beispiel, die ich jetzt hier bearbeiten kann, wieder aus verschiedenen Ebenen übereinander aufbauen, kann hier ja verschiedene Texte zum Beispiel reinsetzen. Dann sieht man hier oben aber auch tatsächlich die Symbole von Affinity Designer und Affinity Photo. Das heißt, wenn du diese beiden Programme ebenfalls gekauft hast, kannst du direkt aus Affinity Publisher auch in Affinity Photo und Affinity Designer arbeiten. Das ist auch ein riesen, riesen Vorteil von dem Programm. Ich habe auch schon ja viel in Affinity Publisher gearbeitet, zum Beispiel auch mein Buch, was ich kürzlich veröffentlicht habe, von Affinity Photo, findest du übrigens unten auch in der Videobeschreibung verlinkt, aber das nur kurz am Rande. Das habe ich vollkommen in Affinity Publisher erstellt und dadurch, dass ich halt diese kompletten drei Programme habe und auch alle drei nutze, war das wirklich ein super Vorteil, dass man direkt, wenn ich zum Beispiel Fotos in das Buch eingefügt habe, also es ist ein Buch, was nicht nur aus Text besteht, sondern auch aus Grafiken und Bildern besteht, das heißt, die kann man alle dann hier in Affinity Publisher natürlich einfügen und das Layout einrichten. Ich kann aber auch direkt, wenn ich zum Beispiel mein Foto in diesem Buch nochmal bearbeiten möchte, kann ich direkt aus Affinity Publisher in Affinity Photo wechseln und da dann, ja wie ich das in Affinity Photo gewohnt bin, meine Bearbeitung vornehmen, die dann abschließen und dann sind diese Bearbeitungen wieder direkt in Affinity Publisher eingefügt, so wie ich das haben möchte. Also der Workflow, der ist da dann wirklich ja super, super einfach und angenehm, dass man zwischen diesen drei Programmen letztlich immer hin und her wechseln kann. Man könnte jetzt natürlich auch in Affinity Publisher zum Beispiel ja grafische Elemente erstellen, genauso wie auch in Affinity Photo und Designer, das heißt, es gibt Werkzeuge zum Beispiel, die findet man bei allen drei Programmen. Also zum Beispiel hier diese Formen habe ich bei Affinity Publisher hier, ich kann hier Kreise erstellen, Rechtecke, einfach hier, ja verschiedene Formen, wie wir uns das eben auch bei Affinity Designer angeschaut haben und das kann ich genauso auch bei Affinity Photo machen. Trotzdem sieht man aber, glaube ich, hier ganz schön, dass halt alle drei Programme so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte haben und manche Sachen sind dann natürlich auch nur in dem jeweiligen Programm möglich. Also um hier so ein Buch zu erstellen, das könnte ich nicht in Affinity Designer und auch nicht in Affinity Photo wirklich praktikabel umsetzen. Also da ist schon Affinity Publisher die Lösung, die man da wählen sollte. Jedes Programm hat hier halt einfach seine Vorzüge, aber halt auch Gemeinsamkeiten, das ist, glaube ich, auch ganz schön und wichtig zu sehen. Das heißt, ja, man kann diese grobe Funktionsweise der Programme, muss man sich halt nur einmal drin einarbeiten und kann die dann zumindest, was die grobe Funktionsweise anbelangt, auch auf den anderen Programmen dann umsetzen und muss sich dann nicht komplett umorientieren. Also das ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil. Ja, das soll es jetzt aber auch mit so einem ganz groben Überblick zwischen den drei Programmen gewesen sein, wirklich nur ganz, ganz grob, was die Programme überhaupt können und machen. In den nächsten Wochen werde ich auch noch Videos veröffentlichen, wo ich Affinity Designer und auch Affinity Publisher mal noch mehr vorstelle, was man da machen kann und wofür die geeignet sind. Zu Affinity Photo habe ich auf diesem Kanal schon einige Videos zu gemacht und auch schon Videokurse zu veröffentlicht, die du auf meiner Website findest. Habe ich auch noch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber ich glaube, auch Affinity Publisher und Designer sind ganz coole Programme, die sich auf jeden Fall lohnen, mal anzuschauen. Und da wird, wie gesagt, in den nächsten Wochen noch Inhalt zu kommen. Falls die Videos schon veröffentlicht sind, dann verlinke ich die einfach mal hier an der Seite. Da kannst du also einfach mal gerne reinschauen, um noch ein paar mehr Einblicke in die Programme zu erhalten. Ansonsten abonniere natürlich gerne den Kanal, um die Videos nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also mach's gut und bis dahin. Ciao.